Ja, hier scheinen Eingeborene einer Kreatur Opfer dargebracht zu haben. Hier sind die großen Fleischtrüge leer. Da ist die Trüge liegen. Ich habe Erfahrungspunkte erhalten. Schön, dass ich Erfahrungspunkte erhalten habe, aber... Das ist genau, bringt es mir. Auf mein Zeichen! Schnell! Sofort! Und los! Mal speichern. Mir nach! Schnell! Sofort! Und los! Folgt mir! Zur Ehre Aronius! Schlagt sie zurück! In die Schlacht! Geht weg! Feindlicher Angriff! Vorsicht! Schließt die ein! Schließt die ein! Schließt die ein! Schließt die ein! Schließt sie zurück! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Die Rune ruft sofort ausgeführt. Stehe bereit. Alles klar. Geht es los? Stehe bereit. So, der Steinwetter tut jetzt das ganze sichern. Gucken wir mal. Was haben wir am Verlusten? Eine Druidin. Und was ist eine neue Druidin? Ja, machen wir erstmal alles weg. Auf mein Kommando. Mir nach! Meine Axt wartet schon. Hier! Sofort! Mir nach! Bringen wir es zu Ende! Da stehen zwei Nachtwärme um. Da steht die Glixer und Großmeister um. Wehrt euch, Schwestern! So, machen wir den Tunnel. Verteidigt euch! Eingang mal dicht. Es sind zu viele! Das ist euer letzter Fehler! Zurück mit euch! Die Rune befiehlt! Die Rune so befehlt! Unverzüglich! Vorwärts, Krieger! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Geht weg! So, meine letzten beiden Steine wieder mal hier runter schicken. Fort! 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 Verteidigt euch! Mein Bogen für die Rune! Was soll ich tun? Wohin soll ich gehen? Nur zu! Geht weg! Geht weg! gut. Geht weg. Zu eurem Diensten! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Bei und burn! Geht weg! Die Rune ruft! Auf meinem Befehl! schon beim letzten Mal gecheckt. So, noch die zwei mit den Seenfelser oben. So, jetzt können wir mal mit Quake reden. Ja, wir können mit Quake reden. Im Gegensatz zu euch. Ihr habt euch in Shaldun nicht lange gehalten, Freund. Dieser Maskierte. Er hat die Verwirrung genutzt und die Kasten in Shaldun erneut gegeneinander aufgebracht. Als ich zu schlichten versuchte, schleuderte er mich kurzerhand mit einem Zauber hierher. Ich hätte nicht gedacht, dass er solche Macht besitzt. Ihr seid seinetwegen hier, nicht wahr? Ich bin hier, um den Zirkel ein Ende zu machen. Dann ist es also wahr. Der Maskierte ist ein Zirkelmagier. Ja. Sein Name ist Hogan Aschir. Und er erweckt im Knochentempel die anderen des Zirkels. Aber nicht mehr lange. Dann ist das also euer Schicksal. Dafür habt ihr eure Last bis jetzt getragen. Ich glaube, niemand hatte jemals eine schwerere Aufgabe vor sich als ihr jetzt. Ich würde euch gerne beistehen. Aber meine Gefangenschaft hat mich geschwächt. Ich wäre euch nur eine Last. Ich fürchte, diesmal werden wir uns nicht wiedersehen, Freund. Mögen die Götter mit euch sein. Ich habe das Siegel der Norkain für euch. Nors Auge, das Siegel. Wer hat es euch gegeben? Schein Talach schickt mich. Es ist an der Zeit für euch, zu eurem Volk heimzukehren. Ihr müsst die Norkain davor bewahren, sich selbst zu vernichten. Mein treuer Schein. Ich und Heimkern. Dieser Träumer. Ich würde nicht einmal die Hauptstadt erreichen. Ich habe zu viele Feinde. Aber euer Volk braucht euch. Und ich werde dem Ruf folgen. Aber alles zu seiner Zeit. Noch bin ich zu schwach zum Reisen. Ihr müsst das Siegel dem Botschafter meines Volkes in Empyria bringen. Er soll alles für meine Heimkehr vorbereiten. Zeigt dem Botschafter das Siegel. Es wird euch die nötige Autorität verleihen. Aber gebt es ihm nicht. Ich folge euch, sobald ich wieder bei Kräften bin. Gut. Das kennen wir ja auch schon mittlerweile. So, sammeln wir die Sachen noch ein. Und dann haben wir noch eine Sache hier zu erledigen. Sollten wir eigentlich mit einer vollständigen Armee hinkriegen, hoffe ich mal. Auf mein Zeichen. Schnell. Mir nach. Mir nach. Dieser Zunge wird euer Grab, Hogenknechte. Folgt mir. Bringen wir es zu Ende. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Sie sind überall. Schließt die Reihen. Feind mich an. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Ihr seid schwach. Bereit. Achtung. Sie kreisen uns ein. Haltet durch, Männer. Kämpft. Ihr seid schwach. Geht weg. Schließt die Reihen. Zurück mit euch. Geht weg. Hilf auch mit uns. Ja. So, der Zehenspiel ist weg. Seidina ist glaube ich noch dazwischen. Der ist recht stark gewesen. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Feindlicher Angriff. Geht weg. Geht weg. Schlagt sie zurück. Das sind sogar noch Nachtmahre. Haltet durch, Männer. Sie sind überall. Er hat einen neuen Seelenschmied geschaffen. Hoffen wir. Hoffen wir, dass es nur dieser eine war. Ja. Sagt. Ihr wisst, dass die Zirkelmagier das Allfeuer beherrschen? Und dass sie dadurch unsterblich sind. Was ist euer Plan? Ich besitze einen magischen Kristall, in dem eine mächtige Kreatur eingeschlossen ist. Den Phönixstein. Und es ist ein sehr starkes Kreatur. Diese Kreatur ist uralt und besteht aus dem reinsten Allfeuer. Nur dies kann die Zirkelmagier vernichten. Ich muss den Phönix freisetzen, aber ich kann den Stein nicht öffnen. Idriade sprach von einer Klinge, nicht von dieser Welt. Dieses vermag, den Phönixstein zu brechen. Sie sagte, ich würde sie hier finden. Dann hat uns mehr als nur Rache zusammengeführt, Freund. Das Schwert, das ich trage, ist die Schattenklinge, geschmiedet von dunklen Kräften, jenseits des Sternengrunds. Es ist die Klinge, die ihr sucht. Also hatten wir beide von Beginn an nur einen Teil der Waffe, die es braucht, um den Zirkel zu vernichten. Aber jetzt sind wir bereit. Noch ist es nicht an der Zeit. Wir müssen weiter, in den Schlund des Dschungels. Der Knochentempel kann nicht mehr weit sein. Auf mein Zeichen. Ja, zum Glück gehen wir dich einfach durch das Portal durch. Wäre fatal gewesen. So, was hast du denn schönes? Kleine Klingenwaffen, Magierhuhne, Nidhalfteil, Bogen und Stab, leichter Kriegskunsthelm, Schilde, Magierkugel, Lob, auf mein Kommando, bereit, und los. So, und damit haben wir das auch abgeschlossen. Gut, ich würde sagen, ich speichere hier jetzt mal. Perfekt zum Ende der Folge und der Aufnahmesession. Und dann machen wir erst mal einen Cut. Also, bis gleich.